Hallo Leute! Ihr wolltet schon immer mal wissen, was das mieseste Tablet auf dem Markt ist? Nach meinem Intro geht's los! Zuerst schauen wir uns die technischen Daten des Tablets an. Und zwar ist es ein 8 Zoll Tablet mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln, also HD-Auflösung. Dazu ist dort ein Intel Atom Quad-Core Prozessor mit 1,8 GHz verbaut, 32 GB interner Speicher und 2 GB DDR3 RAM. Dazu haben wir ziemlich viele Anschlüsse, Micro-HDMI, Micro-USB und eigentlich alles, was wir so brauchen. An sich hört sich jetzt das Tablet von der Hardware her eigentlich recht gut an, beziehungsweise durchschnittlich. Also daran lässt sich noch nicht festmachen, warum dieses Tablet jetzt das mieseste Tablet ist. Die Anschlüsse sind auch okay. Es gibt Tablets, da hat man diese Anschlüsse nicht. Also das ist auch schon nicht schlecht. Die Lautsprecher, die sind zwar so, naja, unterer Durchschnitt. Ich meine, wenn man die zu laut stellt, dann übersteuern die und man merkt es richtig, diesen blechernden, ekligen Sound. Aber ansonsten hört sich das Tablet eigentlich gar nicht so schlecht an. Und jetzt kommen wir auch zu den negativen Punkten. Das Tablet musste bereits mehrfach eingeschickt werden. Das hatte folgenden Grund. Der Touchscreen ist einfach kaputt, beziehungsweise nicht direkt kaputt, sondern er macht einfach Ghost-Eingaben. Das heißt, im unteren Bereich des Touchscreens wird die ganze Zeit der Touchscreen berührt, obwohl keiner meiner Finger auf dem Touchscreen ist. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas, zum Beispiel bei Google eingibt und unten die Tastatur ist, dann hämmer der als auf der Tastatur rum, ohne dass man das eigentlich möchte. Zur Fehlerbehebung wurde der Touchscreen damals ausgetauscht. Das hat leider überhaupt nichts gebracht. Das heißt, nach der Reparatur, nach der angeblichen Reparatur, war wieder alles beim Alten. Die Ghost-Touches waren schon wieder da. Seitens Toshiba ist dort leider auch überhaupt kein Support zu erwarten oder auch überhaupt nichts in die Richtung, dass das Problem gelöst werden könnte. Als ich es dann ein weiteres Mal einschicken wollte, hieß es dann nur noch, ja, das eine Jahr Garantie, beziehungsweise die Gewährleistung wäre jetzt abgelaufen. Und ja, die kümmern sich da nicht mehr drum. Die wären ja angeblich jetzt so kulant und würden mir den Touchscreen tauschen. Ich müsste ja nur die Lohnkosten bezahlen, das heißt nicht das Teil. Ja, das wurde mir zu dieser Sache gesagt. Das heißt, keine Chance auf anständigen Support. Die sehen ihren Fehler nicht mal ein, sondern, ja, ich soll einfach noch ein Touchscreen bezahlen, um dann wahrscheinlich im Endeffekt festzustellen, dass der Fehler immer noch da ist und generell nicht behoben werden kann. Ich sehe da dieses Problem generell bei diesem Tablet, beziehungsweise bei diesem Modell, dass da einfach der Touchscreen Mist ist und meiner Meinung nach sollte da der Hersteller schon so kulant sein und das in irgendeiner Weise in Ordnung bringen. Und mir dann nicht auch noch die Rechnung aufhalsen zu wollen für die Fehler, die die gemacht haben an diesem Tablet. Es handelt sich übrigens um das Toshiba Encore, nur mal so als kleinen Hinweis. Nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich dann auch mal auf Facebook Toshiba angeschrieben, weil ich dachte, vielleicht wenn man das auf Facebook macht, würde das vielleicht irgendetwas erreichen. Einfach mal auf die offizielle Facebook-Seite von denen was geschrieben. Ich bekam auch eine Antwort, ja, Garantie abgelaufen, gelitten, wäre sozusagen mein Problem. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht bekommen. Die von Mediamarkt fühlen sich dafür auch nicht verantwortlich. Ich meine, die Garantie ist rum, die haben ja ein Angebot gemacht, alles super. Aber dass das ein generelles Problem bei diesem Tablet ist, davon ist überhaupt keine Rede oder das wird überhaupt gar nicht eingesehen. Das heißt, die wollen Kohle für irgendwas, was sie im Endeffekt sowieso wahrscheinlich wieder versauen würden. Wie gesagt, das Tablet war schon in Reparatur. Da ist nichts bei rausgekommen. Im Endeffekt war es einfach nur, ja, eigentlich wäre es dann, ja, Geldverschwendung. So war es einfach nur Zeitverschwendung und im Endeffekt ist das Tablet für mich komplett unbrauchbar. Es ist einfach nicht zu benutzen. Jedes Mal, wenn es ein bisschen warm wird oder ein bisschen benutzt wird, dann kommt das. Ist zwar kein Dauerzustand, aber es ist phasenweise halt immer mal wieder da und dadurch wird es einfach im Endeffekt unbrauchbar. Und genau aus diesem Grund ist es das mieseste Tablet. Ich meine, mit günstigen Tablets ist es vielleicht so, dass man zwar nicht alles mitmachen kann, aber wenigstens hat man dort keine Einschränkung und man wusste das vorher. Und dieses Tablet hat wirklich damals ein Heidengeld gekostet, nur dass es jetzt halt eben nur noch in der Ecke rumliegt und für mich im Endeffekt unbrauchbar ist. So, das wollte ich euch mal soweit berichten, damit ihr auch mal das mieseste Tablet kennt. Ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare nochmal schreiben, was ihr davon haltet, was ihr schon so Erfahrungen mit Tablets und Smartphones und so gemacht habt, wo sich auch die Hersteller einfach aus der Verantwortung ziehen und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt mir bitte etwas Feedback dazu, damit ich das dahingehend optimieren kann. Also bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Das Video hat dir gefallen. Also bis zum nächsten Mal.